Einen wunderschönen guten Termin und Aids Willkommen In einer neuen Folge von Dread Templar Jene Nacht heißt diese Mission Was kriegt der Bursche wohl für Flashbacks, hä? Oh boy Geh mal fertig da, komm Ich hab nur noch 77 Kappeln Ja, ne, ist super Wirklich Schmeckt der schon mal gut an, hä? Schmeckt wirklich gut an, ich krieg Heilung Ich hab ein bisschen Rüstung Ja, ja Munition aufladen So nachladen, besser gesagt Genixer, komm Gibt er noch? Ne Selbstverständlich nicht Okay, dann können wir weiter Wen oder was haben wir hier? Nichts Noch ein Blut Edelstein, aber ich hab ein paar neue Sachen bekommen Erhöht die Feuerrate der Pistole Für drei, okay Erhöht den Schaden der Schrotflinte, Level 3 Nehmen wir mit Erhöht den Schaden des Schwarzbogens Nehmen wir natürlich auch mit Erhöht den Schaden der Inferno-Rakete auf Stufe 3 direkt Okay Die maximale Tragekapazität Okay Hier erhöht den Explosionsradius Erhöht den Wurfschaden Brauch ich auch nicht Okay Speichern Und weiter geht's Okay Weißt du was? Kann ich eigentlich so machen Wenn ich schon Munition hab Hier oben Dann brauch ich doch meine einfach Ja Guck mal Zab, zadab Voll ist das Ding Na komm Komm mal Die man sich mal aushalten, die Gegner Na jenseits von Gut und Böse Okay So Ja Ja Ja, ja Immer noch Okay Ich mach in Ruhe jetzt hier Hammer's Immer noch nicht Meine Güte Trotzdem getroffen Ist gut Alle tot Ja Ja Fuck Die Munition ist schon voll Ich könnte da Eigentlich easy durchpassen Aber Ja Torniert nicht Oh Guck mal Rüstung Ist da Ja Kann ich auch brauchen Immer gerne So Jetzt ist alles voll Das heißt Wir können weiter Warte Bin ich nicht von hier gekommen? Ne Weil da sind Gegner Komm mal ran da Musikowski Oh shit Ja Und direkt wieder füllen Zum Teil wenigstens Das ist aber wichtiger Hier Das Oh Ah Okay Alright Ne warte Hier zurück Wehe Da kommen jetzt doch mal So eine Schare An Gegnern Hört aber nicht so aus Warte Hier kann ich noch schnell Hüllen Wunderbar Und dann wird gespeichert Ja Munition ist voll Okay Hm Okay Jetzt geh mal drauf Hier Danke Keine Güte Klapp mal nach Hier Und zurück Zum Bogen Ja Getroffen Hm Hm Klapp mal so Bitte Meine Fresse Da Ist du da noch? War da noch was? Ja, natürlich war da noch was. Selbstverständlich. Noch mehr. Okay. Der hier ist voll. Brauche ich nix. Brauche ich nix. Oh Gott. Natürlich. Komm mal. Fünf Schüsse waren das gerade. Fünf. The hell? Oh shit. Ja. Sehr gut. Ja, da braucht es nur zwei jeweils. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch gut. Wir können weitergehen. Mit gespanntem Bogen. Selbstverständlich. Was kommt jetzt? Ist das ein Bossfighter kommt oder was? Reichere mal. Oder was ist hier? Was passiert jetzt? Ach du heilige. Verfickte Scheiße. Okay. Okay. Ähm. Mach so. Gut. Das Schlimmste ist erledigt. Wer sind noch die da hinten? Ja. Und noch ein paar mehr. Okay. Ja, komm ey. Ja. Mach mal die Zeitlupe. Jetzt ist, denke ich mal, ein sehr guter Zeitpunkt. Ja, los. Nochmal so einer, ey. Komm, mach sie fertig. Komm. Ja, ein bisschen Fernkampf. Und was ihr könnt, kann ich auch. Ja, aber scheinbar nicht so gut. Weißt du was? Hier. Okay. Ja, mit 14 HP könnte es noch schwierig werden, oder? Haben wir hier irgendwas zum Mitnehmen? Nicht wirklich, hä? Ja, schade. Wobei, was ist da hinten? Rüstung. Ja, im Minis besser als nichts, ne? Es ist besser als nichts. Da hinten habe ich noch was gesehen. Ja. Ja. Füll mal auf, hier. Aber sonst ist hier... Wobei... 17 Schuss noch. Komm, füll auf das Zeug. Ja. Okay. Ah, das Level ist fertig. Ja, gut. Ja, dann. Wir sehen uns morgen wieder. Alle Kills. Sehr geil. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Level ist.